Ja, ich habe jetzt mal zur allgemeinen Lage des syrischen Konfliktes was geschrieben. Ich lese es mal durch und wenn da Fragen sind, dann natürlich halte ich immer, stoppe ich und dann können wir das besprechen. Also der Konflikt in Syrien hat längst übergegriffen auf die Nachbarstaaten, auf den Libanon, Jordanien, Türkei. Und je länger dieser Konflikt andauert, umso größer ist die Gefahr, dass er die ganze Region in der Tat in den Abgrund reißt. Also es ist schon ein bisschen mehr, als wenn man denkt, das ist so ein Konflikt wie in Libyen. Bei weitem nicht so. Syrien-Libanon-Konflikt. Ursprünglich gehörte Libanon mal dem Syrern, beziehungsweise Syrien. Die Franzosen haben dann Libanon im Jahre 1930 oder in den 30er Jahren einen unabhängigen Christenstaat gründen lassen. Für die Christen selbst. Ja. Aber wirtschaftlich und politisch sind die Beziehungen zwischen beiden Staaten, also Syrien und Libanon, sehr, sehr eng. Was zum Beispiel jetzt in Syrien passiert, hat unmittelbare Folgen auch für den Libanon. Und das für uns Europäer hier zum Beispiel erstaunliche ist, dass in Syrien Libanon und auch in den anderen Staaten der Region der Faktor Religion und Volkszugehörigkeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn man in den Industriestaaten jetzt hier von Zugehörigkeit spricht, da redet man immer von der Staatsangehörigkeit. Also bist du Franzose, Englander, Spanier und so weiter. Dort geht es darum, bist du Alevit, bist du Sunnit, bist du Druse, bist du Jude, bist du Christ, bist du ich weiß nicht was. Und das zählt. Das ist ein wesentlicher Faktor dort, was die Zugehörigkeit der einzelnen Gruppen sozusagen ausmacht. Zugehörig bist du dann, wenn du einer Religionsgemeinschaft zugehörst und nicht einer Nation. Und das ist ein Konflikt, der innerhalb eines Staates eine wesentliche Rolle spielt. Bei einem Konflikt, dann gehen die Nachbarn aufeinander los. Weil die wissen, das ist Jude und ich bin Christ oder ich bin Muslim und der andere ist Kurde und ich weiß nicht was. Und das ist, was das Ganze so ein bisschen für uns undurchschaubar macht. Wieso kloppen sich die Leute da, obwohl sie Nachbarn sind? Ich war selbst mehrmals in Damaskus oder in Aleppo, in Hama, in Homs, in Palmyra, in Detmold. Das sind Städte, wo man denkt, die sind seit 5000 Jahren. Und da gibt es Straßen, wo nur Juden leben, Straßen, wo nur Christen leben. Also Christenviertel, Judenviertel, Alevitenviertel. Aber sie leben friedlich nebeneinander seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber bei einem Konflikt, dann gehen die aufeinander los. Innerhalb eines Viertels, des Stadtviertels. Und das ist, was für uns natürlich auch die Sache so ein bisschen unüberschaubar macht. Man muss also zum Beispiel auch fairerweise sagen, dass wir nicht wissen, was in Libanon jetzt geschehen ist. Dieser Anschlag gegen den Geheimdienstchef, der vor kurzem ja bei einem Bombenattentat ums Leben kam. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass der Geheimdienst der Syrer eine Rolle spielt in der ganzen Sache. Aber genau nachgewiesen hat noch keiner. Hat aber dazu geführt, dass dieser beliebte Mensch wohl dort dazu geführt, dass innerhalb Libanon zu einem riesigen Konflikt kam. Die haben die Leute da sich vorgenommen, Rache zu nehmen und so weiter. Bashar al-Assad fühlt sich zum Beispiel politisch isoliert. Die westlichen Staaten verhandeln mit ihm nicht. Das hat noch bisher keiner getan. Er ist nur noch angewiesen auf die Unterstützung durch Russland, China und den Iran. In diesem Moment aber, wo dieser Konflikt so sehr um sich greift, dass er internationalen Initiativen bedarf, um diesen Konflikt zu lösen, muss man natürlich sich irgendwie mit diesem Regime in Damaskus wieder in Benehmen setzen. Also es kann nicht sein, dass ohne ihn jetzt irgendwas gemacht wird. Irgendwo müssen wir dann auch in den sauren Apfel beißen und sagen, gut, dann reden wir auch mit dem Typen. Ansonsten läuft das nicht. Es würde aber die Isolation der syrischen Führung natürlich durchbrechen. Und so weit ist auch meiner Meinung nach auch das Kalkül der Herrscher in Damaskus, dass er dann wieder hoffähig gemacht wird. Ansonsten ist er isoliert und hat keiner Lust, mit ihm da an einem Tisch zu sitzen und mit ihm zu verhandeln. Ja, aber China und Russland sind auch relativ stark. Also auch die Sündung wird vergessen, im Westen, dass die beiden Länder sehr, sehr stark sind, die übernationale. Dementsprechend ist Syrien im Endeffekt doch egal, ob wir Europäer sein, wie gesagt, Neck oder Neck oder die Amerikaner. Amerika ist ja in Syrien gerade oder bei uns in Südkirchen, aber der, ich bin ja selber Grieche. Ich weiß, wie wir über Amerikaner denken. Und diese ganze Region da unten interessiert sich gar nicht immer Amerikaner. Das ist ein ganz großes Feindbild. Und dementsprechend ist es doch den Syrern im Endeffekt egal, weil sie haben ja ihre Brüder, also sprich die Russen und die Chinesen. Also dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es unbedingt wollen, also dass das Kalkül so stark dahin geht. Du hast jetzt angesprochen, das wiederhole ich mal, damit das auch wieder aufgenommen wird, dass Russland und China eine sehr wichtige Rolle spielen in diesem Konflikt. Natürlich ist es so, dass die Syrer selbst ein Feindbild haben, das ist Israel und das ist der Westen insgesamt, auch ganz vorne die USA. Aber das ist innerhalb des syrischen Volkes, ist nicht so. Das ist durchaus ausdifferenziert geguckt. Es gibt auch Freunde von Israel innerhalb Syriens, es gibt aber auch Freunde von den Amerikanern und auch vom Westen. Es ist wie gesagt... Ich würde den in den Green Park gerne einbringen. Ja, vielleicht, ja, mag sein, aber es mag sein, dass sie andere Verbindungen zueinander haben. Also religiöse zum Beispiel. Weil wir haben ja vorhin erwähnt, dass da jüdische Viertel gibt. Ich glaube nicht, dass die Juden jetzt in Syrien gegen Israel sind. Da sind sie mit Sicherheit nicht, sondern gegen Israel sind. Das glaube ich nicht. Ich habe eine Frage, die bei irgendeinem Bericht, der sehr ungewöhnlich war, weil die Nendenz bei unter der Berichterstattung ist ja einhellig gegen den Assad und sehr kritisch. Da haben Sie jemanden aus Syrien-Interview, der Bedenken hatte für die Minderheiten, also die Christen, die Juden und, 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 dass die sehr stark hinter Assad stünden, weil sie unter dem bisher relativ geschützt waren und die jetzt große Angst haben, dass es da irgendeine islamistische Machtübernahme gibt, wo es ihnen schlechter geht als vorher. Ist das so? Ich kann das vollkommen so teilen, dass viele Minderheiten Angst haben, was dann geschieht, wenn Assad geht. Dazu gehören die Christen, dazu gehören auch die Jesiden, dazu gehören die Drusen, dazu gehören die Juden und die Aleviten selbst. Das heißt, ich höre in Syrien zum Beispiel, wird der Slogan, oder mit dem Slogan wird da Politik gemacht, die Rebellen und ihre Helfer und so weiter gehen auf die Straße und rufen, die Christen nach Beirut und die Aleviten in den Sarg. Und das hört sich in Arabisch so, Al-Messihe la Beirut will al-Ala wa'at-Tabut. Also es reimt sich schon ganz toll und heißt das dann auch, das heißt eigentlich, wir verlangen die Vertreibung der Christen aus Syrien und die Tötung der Aleviten. Das kann nicht sein. Die können auch nicht meine Freunde mehr sein, die sowas rufen, dass eine Minderheit zur Deputation bereitgestellt wird, nämlich nach dem sogenannten Christenstaat Libanon, der als solcher gegründet wurde von den Franzosen, und die Aleviten in den Tod. Das kann nicht die Devise sein und schon gar nicht unser Wille. Also, ich fasse mal zusammen, was für mich eine Relevanz hat. Die Türkei ist ein funktionierender Staat, hat eine eigene Armee, toleriert und unterstützt auch Freikorps- bzw. Söldnerverbände, die von türkischem Hoheitsgebiet aktiv gegen den Machthaber in Syrien kämpfen und sich wieder zurückziehen. Und das als NATO-Land, das heißt, in Verbindung mit dem Wissen, um, ich traue es mich schon fast gar nicht zu sagen, unsere Nachrichtenlage oder auch Propaganda, die USA-mäßig bestimmt ist, das heißt, die NATO führt einen verdeckten Angriffskrieg gegen Syrien. Das NATO-Mitglied mit Unterstützung anderer NATO-Länder. Und im Endeffekt, das Ganze funktioniert nur... Das kann man so nicht im Raum stehen lassen, das ist nicht die NATO. Ich glaube, die NATO hat ganz klar dem Erdogan gesagt, bitte kühlen Kopf bewahren, nicht gleich loslegen, wir sind nicht hinter dir. Das wollten sie sich... Also der Rasmussen hat ihm ganz klar gesagt, wir sind nicht dabei. Wenn er mutwillig, und das... Also, das ist mal hier diese Papiere, wir können auch mal so frei miteinander sprechen, wenn er mutwillig und sehendes Auge sich in einen Konflikt hinein begibt, dann heißt das nicht, dass wir ihm alle folgen. Und es ist auch ihm gesagt worden, dass keiner den Willen hat und schon gar nicht das Interesse, dort so einen Konflikt einzugehen, was am Ende nicht mehr klar ist, was dabei rauskommt. Es gibt Parallelitäten zum Ersten Weltkrieg. Es ist nicht nur so, es ist kein Spaß, was da im Moment geschieht, sondern es ist ein Riesenkonflikt. Im Moment sind die russischen Schiffe, und zwar die Kriegsschiffe in Syrien, in Tartus, voller Waffen. Sie haben die Flugzeugträger dorthin gebracht, nach Tartus, stehen im Hafen. Die chinesische Armee hat ihre Schiffe in das Schwarze Meer, sprich Richtung Russland, auf die andere Seite der Türkei gebracht, in Position gebracht. Es ist kein Spiel, was da hier gespielt wird, sondern es ist einfach eine sehr ernste Situation, was uns alle betrifft. Und da hat die NATO sehr besonnen, meiner Meinung nach auch reagiert. Sie haben gesagt, bist du unser Freund und so, aber bitte ganz schön ruhig, mäßige dich ein bisschen. Die Türkei ist bei uns im Südosten Europas dafür bekannt, dass sie schöne Worte hat als Nachbarn, aber auch sehr, sehr viel Stress bringt. Für uns Griechen bedeutet das in Nordosten Griechenlands, dass sie Islamisten unterstützt, also unterstützt finanziell und so weiter. Das ist bei uns bekannt. Die werden gepusht finanziell. Die Bulgaren sind auch nicht gerade gut, auf die Türken zu sprechen. Jeder Nachbar, wenn es wirklich zum Krieg kommen würde, mit Syrien, würde die Türkei in keinster Art und Weise unterstützen. Also weder die Griechen, noch die Bulgaren, noch die Russen, noch die Armenier. Nein, ich will darauf hinausgehen, das Potenzial in diesem südöstlichen Gebiet ist gewaltiger, als man hier eigentlich vor Ort sieht. Mit der Wirtschaftskrise, die wir noch in der Backe haben, in Griechenland, gibt es eine fanatische Bewegung, Rechte etc. In Bulgarien, den geht es auch nicht anders. Also die würden, viele, die ich kenne, würden eher den Syriern helfen, wenn es da wirklich zum Konflikt kommt. Und dann haben wir wieder den ersten Weltkrieg an der Backe. Also nicht, dass wir jetzt einen Weltkrieg haben, sondern dann haben wir ein Potenzial da unten, das sehr, sehr unangenehm ist. Das Potenzial ist da. Darf ich noch ergänzen? Die NATO hat aber doch schon so gewisse Drohgebärden gemacht, wenn, weil als diese ein, zwei Granaten über die Grenze in die Türkei kamen, dass dann natürlich der Verteidigungsfall eintrifft. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Syrer sagen, da sitzen irgendwelche Söldner, die uns angreifen und kommen aus geschütztem türkischem Gebiet, um bei uns zu operieren, dann greifen wir die in ihrem geschützten Gebiet an, dann tritt der Verteidigungsfall ein. Das heißt, dann kommt die NATO auf den Plan, dann wird das auch bewusst provoziert wahrscheinlich, um die NATO da mit reinzuziehen. Kann das sein? Die Türken erzeugen immer über die anderen Länder, mit ihren Luftwaffe, und behaupten, das ist immer ein Versehen gewesen. Das war hier vor uns in Griechenland, fünfmal im Jahr. Und dann ist unsere Hand wieder mal in aller anderen Wirtschaft und die anderen auch. Nur haben wir jetzt gerade ein anderes Spiel beigebracht, das ist Syrien. Das ist ja so eine Taktik von den Generälen der Türkei. Man darf nicht vergessen, die türkischen Generäle sind anders, die sind autarker, als jetzt in General Deutschland. Und die haben wesentlich mehr Macht als hier. Ich wollte euch nur mal kurz was zeigen hier, wo die zwei Bomben wohl gefallen sind, von der syrischen Seite in der Türkei. Akçakale, das dürfte hier sein. Und dieses Dorf ist geteilt durch die Grenze. Das Dorf selbst. Man muss sich vorstellen, wie diese Straße hier ist die Grenze, dieses Teil ist Syrien und der andere Teil ist Türkei. Und hier haben sich die Rebellen befunden. Die Syrer haben dazu natürlich die Stellungen bombardiert und daraufhin sind zwei auf die andere Straßenseite gefallen. Das ist alles. Im Grunde haben sie auch bewusst die Rebellen an dieser Grenze dann platziert, sodass so ein Konflikt entsteht. Und deshalb hat die NATO gesagt, ja Moment mal, also es ist ja, und die haben gesagt, das war ein Versehen, wir entschuldigen uns und so weiter. Ich gebe dir, Jens. Ja, erstmal vielen Dank für einiges an der Aufklärung. Was mir die ganze Zeit jetzt, nachdem du mal so einen Überblick gegeben hast, der ja bei uns nicht üblicherweise in der Zeitung steht, stellt sich mir die Frage, was ziehen wir denn jetzt als Gruppe, die wir hier so relativ klein sind, oder als Partei für Konsequenzen? Konsequenzen. Du hast was von 1,3 Millionen Flüchtlingen gesagt. Die sind ja nicht freiwillig irgendwo losgezogen und denen geht es ja vermutlich nicht besser als vorher. Westerwelle weigert sich, oder ist immer noch auf dem Standpunkt, dass wir niemanden aufnehmen müssten, jedenfalls möglichst wenig, um die, sollte man angesichts der humanitären Situation dann vielleicht hier innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas, die Forderung nachdrücklicher vertreten, dass den Menschen geholfen wird. Und zweitens noch eine Frage, die Kurden scheinen eine relativ große Gruppe zu sein, die auch relativ weit verbreitet ist, du sagst, Irak, Syrien, Türkei, deren öffentliches Ansehen wird hier meines Erachtens auf PKK, Schrägstrich Terroristen, beschränkt. Sollte das so bleiben? Und zweitens noch die Frage, wie positioniert sich die kurdische Gruppe? Denn soweit ich weiß, das mag falsch sein, haben die Kurden beschlossen, kein eigenes Staatsgebiet zu wollen, aber irgendwie autonom sein zu wollen. Bleibt das so? Wie verhält man sich da auf kurdischer Seite? Zu deiner ersten Frage, was ziehen wir jetzt an, zum Beispiel, Konsequenzen aus dieser Diskussion als Piraten? Was bedeutet das für uns? Wir wissen, dass zum Beispiel die FDP im Moment sehr aktiv dort Flüchtlingspolitik betreibt, die wir nicht gut heißen dürfen, glaube ich. Sie sagen, wir helfen den Flüchtlingen vor Ort, sie sollen bloß nicht kommen, sie sollen in Libanon bleiben, wir geben ihnen Geld, sie sollen in Jordanien bleiben, wir geben ihnen Geld, und mit der Begründung, sie können viel schneller wieder zurück in ihr Heimatland, als wenn sie von Deutschland dorthin gehen. Ich bin von hier bis dorthin in dreieinhalb Stunden geflogen, ich glaube, es wird länger dauern, wenn sie von dort in irgendeinem Caf, in Jordanien, sich auf so einen Track begeben, nun in ihr Land, da wieder zurück zu gehen, dauert es viel länger. Es ist also kein Argument, was Nibel von sich gibt, und ich glaube, wir müssen eine andere Flüchtlingspolitik betreiben, die ehrlich ist, die auch dem sozusagen adäquat eine Antwort sein kann, kontern. Es kann nicht sein, dass wir die Flüchtlingspolitik der FDP weiterhin gutheißen, oder es so einfach sein lassen im Raum, sondern wir müssen eine andere Position beziehen und sagen, wir wollen eine ehrliche, eine Flüchtlingspolitik, die die Flüchtlinge schützt, und nicht Deutschland vor den Flüchtlingen schützt. Also das ist, glaube ich, die Maxime. Es kann nicht sein, dass wir immer sagen, wir müssen Deutschland vor den Flüchtlingen schützen. Wir haben andere Nachbarstaaten, die ja viel mehr mit dem Konflikt konfrontiert sind, wie zum Beispiel die Türkei, über 100.000, 115.000 Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben 3.500. Unsere Möglichkeit ist sicherlich viel mehr als die, die die Türkei hat. Das muss man einfach sagen. Die Begründung, wir haben hier nicht genug Raum, reicht nicht aus, glaube ich, um zu sagen, wir werden sie nicht aufnehmen. Die Bereitschaft muss da sein. Wenn wir sagen, zu den Kurden, das ist die zweite Frage, wenn wir sagen, die Kurden dort wollen eine Autonomie, sicherlich im ersten Schritt wollen sie eine Autonomie haben. Im zweiten Schritt wollen sie ihr eigenes Land. sie wollen dort schon seit ihr bestehen. Und zwar, ich würde sagen, schon seit dem dritten, vierten Jahrhundert. Und die sind noch viel älter, dieses Volk, als, ja, man sagt, die kommen von den Medern. Das ist also eine sehr, sehr alte Geschichte. Die Meder, Meder, ja, die Meder sind die Kurden von heute. Oder die Kurden von heute stammen von den Medern, die sehr, sehr alte Geschichte vor den Hethitern sogar existiert haben. Die waren, die waren mit dem Christentum, wo sich das Christentum entwickelt hat und so wurden alle Kurden zum Christentum sozusagen übergegangen, haben sich, die Kurden waren Christen. und das Kalifat von Omar als Kalif nach dem Tod Mohammed hat ein Feldzug gegen die Kurden Richtung Iran am Ararat jetzt veranstaltet und sie gezwungen dem Islam überzuwechseln. Und viele haben dann gesagt, wenn schon, dann bitte nicht das, dieser Islam, was ihr wollt, Sunniten und so weiter, sondern wenn schon, dann machen wir die Aleviten. also da sind sie dann gezwungenermaßen dann zu dem Islam übergetreten. Ich weiß nicht, wer zuerst, das sind viele Wortmeldungen, sehe ich gerade, ich gehe rein. Auch wenn es vielleicht vielen jetzt sehr weit hergeholt erscheint, aber wir haben doch allgemein eine Sicht auf die Weltpolitik, wo einige Staaten, insbesondere dort einige Interessensgruppen, Leute ausbeuten und andere unterdrücken, egal in welchem Staat. Und es sind gleichzeitig auch Staaten dabei, die man eigentlich komplett abschreiben möchte. Ich sage jetzt einfach mal beispielsweise die Aufstände in London, wo gewisse asozialen Viertel Randale gemacht haben und das Problem in Syrien, sage ich mal, ist unter anderem auch folgendes, dass der Assad-Clan doch im Prinzip sehr gut gelebt hat, auf Kosten der eigenen Bevölkerung und die Unzufriedenheit liegt doch in erster Linie, wenn ich das richtig beurteile, so von außen daran, dass das allgemeine Lebensumfeld geringer ist, als es eigentlich sein könnte. Sehe ich das richtig? Also den Syrien geht es nicht schlecht, um es mal ganz klar zu sagen. Den Syrien geht es gut, sie haben schöne Häuser, ich war mehrmals in Syrien schon, sie haben wirklich schöne Häuser, sie haben Autos vor dem Haus, sie haben gutes Essen, die Geschäfte sind voll, das alles hat gut funktioniert. natürlich hat er Assad als Clan und seine Leute gut gelebt, das ist selbstverständlich, aber ich möchte mal wissen, wie der König Facht lebt. Ich glaube, eine Firma in Hamburg, da habe ich einmal eine Gruppe aus Saudi-Arabien begleitet, sozialpädagogisch im Zusammenhang mit dem Frankfurter Flughafen, schon als Student, und dann haben sie gesagt, sie bauen da mal ihren Flughafen, da wollten sie hier am Flughafen ein bisschen sich anschauen und gucken und so weiter, vielleicht Ideen sammeln. Unter anderem, das ist eine kurze Anekdote, sind sie nach Hamburg, weil dort eine Firma die Pissoir macht, da wollten sie sie aus Gold haben. Ich glaube, dass woanders ganz anders gelebt wird. Natürlich lebt Assad gut, er darf auch nicht schlecht leben als Chef von Syrien. Ich glaube, keiner würde sagen, naja, der arme Kerl lebt in Armut, das tut er nicht, er lebt gut, sein Clan lebt auch gut. Aber ich sage, Assad ist ein Technokrat, er ist ein Diktator in unseren Augen, er ist kein Freund der Demokratie, er war es auch nie. Und er ist Alevit, er gehört einer kleinen Gruppe. Die Mehrheit in Syrien sind Sunniten. Sunniten sind Menschen, die an Sunnah glauben, mehr als an Koran. Was ist Sunnah? Sunnah ist die Durchführungsbestimmung des Korans. Wie wenn wir sagen, wir haben das Grundgesetz, aber das Grundgesetz alleine reicht ja nicht, du musst mal sagen, was bedeutet, wenn es heißt zum Beispiel, die Familie steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Was bedeutet das? Das steht in den Ausführungen dann weiter. Und das ist das sozusagen Kommentare dazu. Und das ist das Sunnah. Sunnah ist die Kommentare dazu. Sie glauben an den Kommentaren mehr als den Koran selbst. Und da steht jeder Pups von denen hat etwas in diese Sunnah hinein interpretiert. Und dann sagen die Aleviten wir akzeptieren das Ganze nicht. Deshalb gehen die Aleviten nicht in die Moschee. Deshalb beten sie nicht fünfmal. Deshalb gehen sie nicht zum Hadj. Deshalb halten sie nicht diesen Fasten Monat. und wir tragen keinen Schleier. Denn im Koran steht an einer Stelle wir haben euch Menschen im schönsten Gesicht erschaffen. Dann sagen die dann darf ich mein Gesicht zeigen. Ich muss nicht Schleier tragen. Und das sind die Konflikte zwischen dem Alevit Assad und den Sunniten die in der Mehrheit sind. Und das passt natürlich weder dem Erdogan jetzt der auch religiöser Fundamentalist ist in meinen Augen und er ist der Wolf. Mich würde jetzt Folgendes interessieren und zwar wir haben ja hier in Deutschland ein ganz bestimmtes Bild über die Medien vermittelt letztendlich. Also wir haben ja am Anfang es hat sich jetzt auch schon eine ganze Zeit entwickelt im Prinzip. Also am Anfang waren dann die Proteste in Ägypten auf dem Tahir Platz und wir hatten dann also jetzt noch vor dem Syrien Konflikt und dann war die ganze Eskalation in Libyen und wenn ich jetzt so überlege was habe ich aus den Medien jetzt mitbekommen ist dann dass 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 das dann eben auf andere Länder übergegriffen hat dann eben auch auf Syrien so habe ich das jetzt so halbwegs im Kopf dass es dann Protest gegeben hat dass die Gewaltsamen von Assad niedergeschlagen worden sind und dass sich dann eben auch Rebellen Gruppen gebildet haben letztendlich und ich wüsste jetzt einfach gerne von dir wie du das denn als Syrier erlebt hast diesen Prozess den wir so den ich zumindest so jetzt von den Medien habe vermittelt bekommen die Probleme in den Ländern von denen du gesprochen hast wie zum Beispiel Libyen und Ägypten sind anders gelagert als die in Syrien das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen wir haben in Tunesien vor allem einen Klang gehabt der sich wirklich bereichert hat also mit tonnenweise Gold verschachern mit Privatflugzeugen und so weiter wir haben auf der anderen Seite den Gaddafi ist ja wirklich nicht zu vergleichen auch mit Assad er hat ein ganz anderes Kaliber also verwickelt in Terrororganisationen selbst ich erinnere mal an Lokabi ich erinnere mal an die Anschläge die passiert sind mit seiner Unterschrift also und hat er auch zugegeben hat auch ich glaube auch bezahlt dafür so viel ich weiß für die für die in Lokabi ermordeten Passagiere pro Person zwei Millionen Dollar bezahlt pro Person ja warum weil er zugeben musste dass er hinter diesem Anschlag war bei Assad war es nicht so in Syrien in Ägypten Mubarak hat ja nach Anwar Sadat alle Macht Befugnisse an sich gerissen alle Macht Befugnisse die von Armee sowieso und Geheimdienstler und alles er war der war die Macht in Person und das Volk hat gehungert auch in Ägypten war ich mehrmals und das Volk hat gelitten richtig gelitten und das Volk hat gegen Mubarak gekämpft Tahrir Platz war voller Menschen wie du und ich der Anfang also das was wir zuerst hier wahrgenommen haben war dass es eben Proteste gab in bestimmten Städten in Syrien und so weiter sagst du die waren auch schon also was sagst du dazu gab es das gab es da auch Syrer die auf die Straße gegangen sind und also das heißt das das war vielleicht aber das wurde auch unterdrückt also das das war vielleicht auch ein Fehler dass man das hätte vielleicht anders angehen sollen oder möglicherweise ja okay aber dass die Entwicklung dann halt die Unterdrückung das hat viele auf den Plan gerufen die da ihr Süppchen mitkochen wollen die ersten Konflikte haben in Dara angefangen Dara ist eine kleine Stadt an der jordanischen Grenze an der jordanischen Grenze ist eine kleine Stadt da war ich vor etwa zehn Jahren die sind Sunniten und sie mögen Assad nicht die ersten Konflikte haben dort angefangen und die Jugend dort mit Sicherheit die Jugend dort hat protestiert und er hat das nicht richtig eingeschätzt die hat das blutig niedergeschlagen so das ist noch Palmira das noch unten drunter hier ist Idlib und Dara dürfte hier sein das war schon hier Dara ja in diesem Dorf hier hat der Konflikt angefangen das allererste mal die ersten Demonstrationen haben hier angefangen in Dara und von hier aus das ist eine kleine Stadt fast alle Sunniten und die mögen Assad nie und die haben auch nie gemocht sie sind Sunniten eigentlich wie die Jordanier auch stammen aus den Hashimiten die Hashimiten ist eine Familie die in Jordanien lebt eigentlich Jordanien heißt die Republik der Hashimiten ja und die mögen den Assad nicht und da hat die Jugend mit Sicherheit zu Recht gegen ihn weil sie auch unterdrückt worden sind demonstriert und er hat das blutig niedergeschlagen und jetzt ist es so dass dort keine Demonstration mehr gibt es hat alles aufgehört weil es einfach brutal niedergeschlagen wurde dann haben die in Homs und Hammer Homs oben hier nicht so schnell ich sehe das nicht Homs und Hammer ist Richtung Meer also nicht ein Moment Libanon Nein nein nicht in Libanon mein gut runter Syrien hat hier Homs Syrien hat auch eine Latakia Tartus und so weiter hier Tartus ist hier Hammer ist dort Hammer ist hier und Homs ist hier Homs wurde fast dem Erdboden gleich gemacht Homs ist eine Großstadt und da ist es auch so eine Proteststadt gewesen sie haben protestiert und da hat die Luftwaffe die Stadt niedergemacht das war der zweite Fehler er hat gedacht wenn ich die jetzt ausschalte dann ist es Ruhe im Karton aber es gab keine Ruhe dann kamen die Rebellen von der Türkei aus also vielleicht gerade nochmal zu dem Punkt das habe ich ja eben schon mal gesagt ich kann mir schon vorstellen dass in bestimmten Städten das eben nicht nur ausländische Rebellen sind sondern dass dort wo eine stark sunnitische Mehrheit ist und wenn die solche Erfahrungen einfach gemacht haben dass das wirklich dann auch die Syrer sind die da überwiegend die Rebellen stellen das heißt da muss man vielleicht nach den Städten differenzieren aber ich wollte jetzt nochmal auf das zurückkommen was der Jens gesagt hat die Überlegung was können wir denn machen und vielleicht haben ein paar von euch die E-Mail gelesen ich habe mal vor ein paar Wochen du hast die auf jeden Fall gelesen du bist einer der wenigen die mir geantwortet haben es haben nämlich sehr sehr wenige geantwortet und du bist auch der Einzige gewesen der positiv geantwortet hat die anderen haben alle negativ negativ geantwortet ich habe das auf der pph und auf der außenpolitischen und auf der bildungs mailing list rüber geschickt und habe das versucht noch mit einem anderen argument zu verknüpfen also meine Idee war dass wir du hast ja eben schon das Flüchtlingsproblem angesprochen dass wir als Deutschland vielleicht überlegen sehr sehr junge Menschen dort aufzunehmen und zwar nicht nur als Flüchtlinge sondern zu sagen okay wir wissen ja heute nicht wie lange der Konflikt andauert zu sagen wir nehmen diese jungen Menschen auf und vielleicht gehen die dann halt auch wieder zurück weil es sich aufgelöst hat und es ihre Heimat ist und sie zurück wollen und wir nehmen sie für einen längeren Zeitraum auf und geben denen die Möglichkeit eine Ausbildung zu machen bei uns und sagen das auch gleich direkt dass sie die Möglichkeit haben hier ihre Ausbildung fertig zu machen und ich hatte das damals in der Mail damit begründet dass wir in ein paar Jahren werden wir extreme Probleme haben gerade auf dem Ausbildungssektor weil in Deutschland ist es halt so und zu Recht und ich finde das der Anteil an Studierenden an den Jahrgängen wächst kontinuierlich wir haben jetzt fast 50% und damit sind wir eigentlich noch zu niedrig und die Jahrgänge werden halt auch immer immer kleiner in Deutschland und irgendwann in den 60ern wenn man sich die Babyboomer aus den 60ern und aus den 50ern anschaut das sind halt alles Leute da haben ganz viele Leute eine Ausbildung gemacht das heißt irgendwann werden wir in Deutschland die Situation haben dass ganz ganz viele Auszubildende vom Arbeitsmarkt weg gehen und ich mir sicher bin dass ab 2022 viel zu wenig Auszubildende danach rücken werden und Ausgebildete genau Leute die eine Ausbildung gemacht haben ich hoffe wir haben ja jetzt das Problem dass wir zu wenig Akademiker haben und dadurch dass jetzt immer mehr studieren wird sich das vielleicht hoffentlich dadurch regulieren dass es genügend Akademiker gibt das weiß man auch nicht aber bei den Auszubildenden bin ich mir deshalb war mein Vorschlag das ist halt auch immer nur eine kleine Gruppe für die man das machen kann es ist halt ja ja ich rede dem Jens zu lang aber ich will den Vorschlag einfach ja ich will den Vorschlag einfach nur nochmal darstellen es ist halt leider nur eine kleine Gruppe aber wenn das andere Länder auch machen würden wir hätten halt einfach die Möglichkeit so eine kleine Gruppe aufzunehmen und den hier wirklich in der Zeit dass sie nicht einfach nur rumhocken sondern die Zeit dass sie die Zeit auch sinnvoll nutzen können vielleicht bleiben sie hier vielleicht gehen sie zurück aber wir könnten denen dann vielleicht eine Ausbildung machen das war mein Vorschlag ja ich glaube ich habe die E-Mail gelesen ich will mal versuchen dir positiv zu antworten ja das kommt mir jetzt ganz gelegen weil gleichzeitig mit dem mit der Tatsache dass wir hier über diesen Konflikt und über Flüchtlinge in Millionenzahlen diskutieren kommt ja auch der AK Asyl und das Problem Refugee Camp in Berlin und die Flüchtlinge aus Würzburg da ist es eine von mir natürlich zu 100% unterstützte Forderung jedem der hier einen Asylantrag laufen hat sowohl eine Integration durch Sprache durch Schule durch Ausbildung auch angedeihen zu lassen und diese restriktive Flüchtlings- und Asylpolitik hier in Deutschland mal ein bisschen zu ändern das spielt natürlich eine Rolle wenn ich also Flüchtlinge erklärtermaßen bereit bin Flüchtlinge aus Syrien hier in hohem Maße aufzunehmen dann sollen die natürlich das Recht haben genau das zu tun wie jeder andere aufgenommene Flüchtling und Asylantragsteller hier in Deutschland auch das Recht haben muss ich möchte allerdings dringend vermeiden dass wir den Eindruck erwecken wir könnten unsere eigenen wirtschaftlichen Probleme aufkosten oder den irgendwelche Konflikte und humanitäre Katastrophen dazu nutzen um unsere wirtschaftlichen Probleme zu lösen das wäre fatal wenn der Eindruck entstünde ich gebe weiter den einen Punkt wenn denn wir sagen wir nehmen Jugendliche nur auf entsteht der Eindruck in dem jeweiligen Land wie Syrien Türkei oder wo auch immer die Leute herkommen dass wir uns die jungen Leute kräftemäßig ziehen und die alten und schwachen die eigentlich auch unsere Hilfe bedürften da lassen das erinnert mich an die Gastarbeitergeschichte 60er Jahre das erinnert mich an Diskussionen oder wie früher die Türkei die Leute die jungen Leute gekreilt hat und sie zu Armeen gemacht hat also gerade nur junge Leute aus diesem Gebiet also mit der Geschichte geschichtlichen Hintergrund was da unten passiert ist mit dem Osmanischen Reich wo du und ich wahrscheinlich Bescheid wissen was die gemacht haben gerade mit jungen Leuten da reagiere ich ganz allergisch als früherer besetztes Land gerade von denen wenn wir sagen wir nehmen nur die ganz schlecht wenn denn Familienverband die Familienverbunde sind da unten stärker als hier das heißt komplette Familien hier irgendwie versuchen zu integrieren nur die Leute einzeln zu picken wird schwierig das zum einen und zum anderen wie siehst du denn die Konfliktbereitschaft zwischen Türkei und Griechenland Türkei und Syrien Türkei und Syrien wird es da zum Krieg kommen oder eher nicht ich glaube nicht dass es zu einem richtigen Krieg richtig mit allen Mitteln jetzt mal ausgestattet zum Krieg kommen kann zwischen Türkei und Syrien Türkei wäre ganz alleine und die wäre zwischen den Fronten Syrien Libanon Iran Russland und wahrscheinlich Armenien man weiß nicht was die Russen da so alles mit sich nehmen und mit wem sie alles sozusagen sprechen ich glaube da wird für die Russen und für Putin die Religion keine Rolle spielen sondern nur Macht und so weiter ich glaube nicht dass es zu einem richtigen Krieg kommt ich weiß dass ich habe es selbst gesehen gar keine Frage unheimlich viele Panzer sind an der Grenze zu Syrien hunderte hunderte Panzer fast nagelneu alles wahrscheinlich nirgendwo gefahren also richtig geladen auf große LKWs diese Schlepper und da ziehen sie dann durch die Straßen eine nach dem anderen also es ist unheimlich viel was da im Moment in Stellung gegangen ist die F-16 Flugzeuge immer zu zweit und zwar ständig über dem Haus so die ganze Zeit in Alarmbereitschaft immer über der Grenze also es ist schon Angst und Droge werden aber kein richtiger Krieg ich glaube es nicht Michael und dann ja ich fand das sehr interessant dass du das persönliche Verhältnis zwischen Erdogan und Assad erwähnt hast das offensichtlich da eine Rolle spielt die Frage die ich habe schließt auch so ein bisschen an das an was Christus gesagt hat betreibt die Türkei jetzt Grenzsicherung oder gibt es eventuell weitergehende Interessen wie ist deine Einschätzung dazu also weitergehende Interessen der Türkei eine sehr gute Frage ich hätte gerne mal die Karte ein bisschen deutlicher dann werde ich euch mal ein bisschen meine Sicht der Dinge erklären was ich glaube zu wissen welche Interessen die Türkei jetzt verfolgt beziehungsweise vermeidet ja das reicht so gut wir haben hier von Erbil Mosul von da aus hier Kirkuk ja Suleimania das sind die Hochburgen der Kurden absolut in kurdischer Hand und sie haben ihre Autonomie hier niemand kann dort irgendetwas machen ohne mit den Kurden zu sprechen hier dieses Gebiet ist kurdisch dieses Gebiet hier um Nusaibin und Kamischle hier ja an dieser Stelle so dass Syrien dieses Gebiet bis dahin etwa sind dann Kurden also dieser schmale hier Teil das alles Kurden so das heißt die Kurden hätten da hier einen riesigen Bereich die Kurden in der Türkei sind insgesamt gesamte Osten im Grunde bis nach Diyarbakar und so weiter das ganze Gebiet hier ist Kurden hier ist Diyarbakar das ist die Hauptstadt des kurdischen Staates in Spee ja so will ich mal bezeichnen Türkei hat natürlich jetzt Angst zu Recht wenn sie jetzt ihre staatliche Integrität haben wollen dann müssen sie es mit allen mit allen Mitteln es vermeiden dass hier kein Zusammenbruch des türkischen Staates an dieser Grenze hier stattfindet die DTP das ist die kurdische Partei im türkischen Parlament der Vorsitzende hat erklärt im türkischen Parlament vor allen Leuten vor Erdogan für sein gesamtes Kabinett dass die türkische Armee inzwischen 400 Kilometer das ist die Grenze dass es hier keine Macht mehr der Türken besteht so das macht natürlich in Ankara eine riesen Angst das macht Fieber und sie kriegen natürlich auch immer wieder Fieberschübe und sagen was passiert wenn dort ein kurdischer Staat entsteht und mit allen Mitteln wollen sie vermeiden dass dieser Teil hier nicht in die Hände der Kurden im Irak und der PKK fällt die PKK ist eine Organisation der Kurden aber nicht alle Kurden sind in der PKK das ist auch eine Antwort auf deine Frage die ja zuvor gestellt wurde 16 Millionen Kurden gibt es manche sprechen von 20 Millionen die PKK hat keine 20 Millionen starke Armee bitteschön das ist also nicht der Fall sie haben Unterstützung vom Volk aber bei weitem ist es nicht so dass überall nur ein PKK das Sagen hat ja hier ja es ist also das war richtig was du gesagt hast dass hier mal den Eindruck wecken lässt überall gäbe es wenn man Kurden spricht PKK das ist natürlich nicht so und hier im Moment spielen sich die schlimmsten im Moment aktuell heute und wird es morgen auch nicht anders sein die schlimmsten Flüchtlingsdramen spielen sich in diesem Gebiet im Moment hier ab die Kurden haben nicht so viel zu essen und zu trinken die Kurden besetzen aber dieses Gebiet sie lassen die Rebellen auch nicht rein die lassen die Rebellen hier nicht rein und sie machen keine gemeinsame Sache mit den Rebellen egal wo sie herkommen das sind nämlich Islamisten und die Kurden sind aufgeklärt sie wollen nicht mit denen eine gemeinsame Sache machen auch wenn es gegen Assad ist Assad hat einen guten Schachzug gemacht in Anführungsstrichen indem er gesagt hat den Kurden hier ihr habt hier eure Autonomie das hat er gesagt als er das sagte da sind sie natürlich hier glücklich mit den anderen haben sie angefangen zu kooperieren das hat die Alarmglocken in Ankara ganz laut schlagen lassen oh Gott jetzt passiert was das müssen wir verhindern denn Assad hat denen gesagt ihr habt hier die Freiheit ihr könnt hier selbst frei daraufhin sind die Ströme der Flüchtlinge auch dahin gegangen weil sie gesagt haben da haben wir keine Angst zu befürchten um unser Leben allerdings fehlt es jetzt an Medizin an Windeln an im Grunde an Nahrungsmittel an Babynahrung an Kleidung an Wärmendecken und so weiter und der Winter ist hier sehr hart hier geht es zum Teil bis also es ist eine Harrenebene ist hier im Sommer 40-50 Grad und im Winter kann es bis minus 20 Grad sein meine Überlegung auch war wenn man denn 20 Millionen oder 16 bis 20 Millionen Kurden nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung hier bei uns mit PKK Schrägstrich Terroristen gleichsetzen würde und das so ist wie du sagst könnte man nicht auf die Idee kommen dass den Kurden in diesem Konflikt irgendwann mal eine Vermittlerrolle zukommen diese Vermittlerrolle haben sie jetzt schon durch die Amerikaner bekommen die haben den Amerikanern sehr viel geholfen als Saddam Hussein gestürzt wurde und die größte Hilfe die sie bekommen haben kam nicht von den Sunniten kam nicht von den Türken die Türken haben nachdem die Amerikaner angefangen haben in Iskenderun ihre Waffen an Land zu ziehen haben sie einen Beschluss gefasst in Ankara dass die Amerikaner von dort kein Weg Rechte bekommen die Amerikaner müssten nochmal alles wieder aufladen auf die Schiffe und dann sind sie über den Zübeiskanal nochmal zurück bis zum Arabischen Meer die haben große Probleme gehabt weil die Türken haben dann gesagt nein wir helfen nicht wir wollen nämlich null Probleme mit den Nachbarn hat es geheißen aber die Kurden haben geholfen und diese Hilfe hat ihnen natürlich auch das jetzt gebracht was sie im Moment haben der Staatspräsident vom Irak Talabani ist ein Kurde in Bagdad und im Norden haben sie eine Autonomie das ist der Lohn für ihre Unterstützung eine Hand wächst die andere Ich komme jetzt nochmal auf meinen Vorschlag zurück und Jens ich glaube also das was du gesagt hast da hast du mich gründlich missverstanden ich nehme nicht im Ernst an dass wir ein Problem haben oder einen Konflikt ausnutzen müssen um unsere wirtschaftlichen personellen Probleme zu lösen Okay sehr sehr gut weil ich glaube es gibt weltweit genügend Menschen die erstens offen sind oder die vielleicht einen eher westlichen Lebensstil leben wollen oder die sogar einen Lebensstil haben der dort in ihren Ländern nicht akzeptiert wird und die verfolgt werden und die einfach nur Interesse haben anders zu leben und hierher kommen wollen es gibt genügend Menschen wahrscheinlich in Rumänien Bulgarien die auch hierher kommen würden hier eine Ausbildung machen würden das ist also nicht mein Punkt sondern warum habe ich das dann verknüpft damit dass wir so eine Demografie haben wo wir in ein Problem reinkommen momentan ist die allgemeine Wahrnehmung es gibt zu wenig Ausbildungsplätze und das und das muss und das muss ich ja schon bei meinem Vorschlag berücksichtigen das heißt wenn ich sage ich möchte den Leuten Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen ja dann kommt doch die Frage ja wie die Leute hier bekommen ja noch eine Ausbildung wieso kommst du denn jetzt auf die Idee und sagst die sollen jetzt auch noch eine Ausbildung bekommen und deshalb sage ich wir werden diese krassen Probleme im Ausbildungssektor in relativ wenigen Jahren bekommen und deshalb verbinde ich das mit dieser Argumentation um zu sagen okay das macht einfach Sinn das ist nicht ein völlig debiler Vorschlag oder so ein Menschen nur so ein menschenfreundlicher Vorschlag so heile Welt und ich möchte dass es allen gut geht sondern das hat auch einen realistischen Hintergrund dass die deutsche Wirtschaft das nämlich leisten kann so viele Ausbildungsplätze in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen das war die Verknüpfung um zu zeigen okay das ist nicht ein völlig unrealistischer gute Welt Vorschlag kurz dazu ich lese euch mal was ich da mal recherchiert habe die Zahl wächst und wächst sagte letztens noch vor kurzem der jordanische Botschafter in Berlin Masen Altal sein Land müsse monatlich 360 Millionen US-Dollar für die Versorgung der Flüchtlinge aufwenden größtes Problem ist die Wasserknappheit des Landes die Kapazitäten seien überlastet sagte auch Nibel zudem drohe der bevorstehende Winter die Situation in den Flüchtlingslagern zu verschlechtern vom größten Teil des neu zugesagten Geldes der Syrienhilfe sollen Kinder in den Flüchtlingslagern in Jordanien profitieren vorgesehen sind die Mittel unter anderem für Impfungen Hygiene und Bildung bereits 17.000 syrische Kinder besuchen bereits jordanische Schulen durch die finanzielle Unterstützung erhofft die Bundesregierung weniger Flüchtlinge in Deutschland Nebel sagte kürzlich dazu die Lage vieler syrischer Flüchtlinge gerade auch der Kinder ist entsetzlich die jordanische Politik der offenen Tür gegenüber ihren Nachbarn auf der Flucht sei eine große Leistung des jordanischen Volkes wir haben eine Politik der verschlossenen Türen und die Nachbarn haben so viel Geld investieren sie und sie haben auch das Problem vor der Tür und wir denken das kostet uns so viel Geld also ich möchte noch was anderes sagen also was was können wir machen also ich denke ein großes Problem bei dem Konflikt ist halt die fehlende Öffentlichkeit beziehungsweise die einseitige Information ich weiß zwar auch nicht wie wir das jetzt im speziellen ändern können aber ich denke ein Teil des Problems ich glaube Syrien würde besser verstanden werden wenn wir Medien hätten die von allen Seiten berichten würden und ich glaube da ist auch ein bisschen an uns dass wir auch versuchen auch mal andere Seiten darzustellen und ich fand eigentlich immer schon dass das Problem immer sehr 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 einseitig also auch wenn man die andere Seite nicht kennt erkennt man schon in der Berichterstattung dass die Berichterstattung das Licht nur von einer Seite auf den Konflikt wirft und dass wir von unserer Seite versuchen auch einfach mal die andere Seite zu beleuchten weil wir wissen nicht was die Wahrheit ist und die Wahrheit ist sicherlich für jeden immer was anderes aber dass die Wahrheit von vielen Seiten viele Facetten hat ich glaube das sollte man darstellen das ist das was die Medien im Moment überhaupt nicht machen Da schließt sich direkt meine vielleicht etwas naive Frage an warum ist das so? Warum? Ich meine es gibt ja mit Sicherheit genug Leute wie jetzt zum Beispiel dich der sich in der Region auskennt der wahrscheinlich auch irgendwie sich als Deutscher versteht der wirklich Ahnung hat warum wird da keine Plattform geboten warum wird wirklich so krass einseitig berichtet also ich habe einfach oft Schwierigkeiten das zu verstehen und vielleicht kannst du das auch nochmal irgendwie aus deiner Perspektive beleuchten was du da für einen Grund für siehst also ich glaube die Gründe sind vielschichtig warum ein Land nun ein verzerrtes Bild der Situation vermittelt es ist nicht das Bild was man tatsächlich vor Ort vorfindet sondern ein anderes Bild wird hier vermittelt allerdings muss man zwischen den Zeilen immer auch in der Berichterstattung lesen und hören was da geschieht es gibt nicht alle Presseorgane sondern es gibt einzelne Presseorgane die mal so, mal so berichten also wenn man genauer hinschaut sieht man auch mal irgendwo einen Mittelweg du hast recht indem du sagst die Wahrheit ist irgendwo mal hat jeder seine eigene Wahrheit aber die echte Wahrheit findet sich irgendwo in der Mitte also es kann nicht sein, dass der eine seine Wahrheit und der andere seine Wahrheit darstellt und wir irgendwo stehen diese Wahrheit ist irgendwo in der Mitte und das muss man sich dann selbst suchen die heutige Bundesregierung möchte nicht in den Konflikt hinein selbst gezogen werden obwohl sie schon längst mittendrin sind wir haben Schiffe dort der Bundesmarine die gesamten Kommunikationsverkehr alles speichert das ist bundesrepublikanische Marine es ist nicht irgendwas steht da vor der syrischen Küste und speichert alles was sich bewegt und wir wissen auch nicht wem diese Informationen weitergegeben werden und wer was damit macht das wird nicht berichtet das ist nämlich nicht moralisch und das kommt auch nicht gut an hier in dieser aufgeklärten Republik da wird das Volk hier sagen was macht ihr da was haben wir damit zu tun wieso seid ihr dann dort da müssen sie sich Fragen gefallen lassen die sie auch nicht richtig beantworten können und wollen deshalb ist die Wahrheit zwischen all dem irgendwo ich weiß auch nicht wo die Wahrheit ist ich habe weil ich dort gelebt und aufgewachsen bin bis zum 18. Lebensjahr und immer wieder dorthin gegangen bin und mich natürlich sehr interessiere für diese Region ein anderes Bild aber es ist auch nicht die Wahrheit ich gebe zu jeder hat seine eigene Wahrheit Leute und wir Piraten müssen auch aber auch eine Wahrheit haben sagen wir kämpfen für etwas zum Beispiel wäre für mich wenn wir aus dieser Diskussion mit den Gedanken gehen wir müssen den Flüchtlingen irgendwie helfen wenn wir das bei rauskommt dann bin ich glücklich gehen wir mal weiter also ich sehe noch einen anderen Aspekt in dieser Sache und zwar ist für mich der Punkt du hast ganz am Anfang oder auch also erstmal es war für mich sehr interessant ich finde es sehr gut mal eine andere Position zu hören weil ich wirklich auch fest überzeugt bin dass wir in der Presse eine sehr einseitige Darstellung bekommen das hängt auch damit zusammen dass Journalisten auch was verkaufen wollen und bestimmte Sachen lassen sich gut verkaufen andere weniger gut und das sind also ganz verschiedene Aspekte weswegen wir nicht das ganze Bild bekommen das ist keine Weltverschwörung oder so das sind Effekte gegen die man aber kämpfen muss so jetzt klar man kann sagen Wahrheit jeder hat seine Wahrheit und so weiter aber es gibt auch Fakten es gibt auch Dinge die man belegen kann wo man Fotos von machen kann wo man Zeugen von hat und so weiter wo man nicht mehr darüber diskutieren kann ob das jetzt so ist oder nicht so ist und einige von den Dingen die du gesagt hast da hätte ich gerne die würde ich gerne belegt haben also jetzt nicht als Zweifel für dich sondern in einer Art und Weise zu sagen können seht her da gibt es Dinge die stehen nicht in der Zeitung aber die Piraten berichten darüber also das heißt diese Dinge wenn man sie belegen kann wenn man diese Informationen sammeln kann und wenn man sie dann auch noch über die Piraten veröffentlichen könnte ja mein Gott da macht man eine Bundespresse-Mitteilung oder irgendwas wo wir sagen hier die und die Fakten sind uns zu Ohren gekommen das wäre auch eine Möglichkeit im Moment gibt es noch nicht mal eine Seite im Wiki zum Syrien-Konflikt da ist noch gar nichts das einzige fünf Treffer gibt es AG Friedenspolitik und sonst wie da könnte man zum Beispiel dass du da aufgeschrieben hast auf jeden Fall mal da reinstellen und auch nach anderen Quellen suchen also nicht nur immer konzentrieren auf wir müssen helfen sondern eben auch auf den Aspekt wir müssen informieren und wenn es kein anderer tut machen wir es ja das macht mal gut da war der Bücher du hast den Job genau du hast den Job es wird ja eh eine Pressemitteilung es wird ja eh eine Pressemitteilung es wird ja eh eine Pressemitteilung hier zu geben warum machen wir nicht ein Pad auf und schreiben einfach mal einen Text zusammen ich bin zum Beispiel nicht deiner Meinung dass man das alles mit Fakten belegen muss weil es ist nämlich zum Teil es ist zum Teil extrem schwer das mit Fakten zu belegen und warum auch nicht die Mittel der anderen Seite benutzen die benutzen auch keine nicht nur Fakten warum schreiben wir das nicht alles mal in dem Pad so zusammen und wir schreiben drüber dass es was diskutiert wurde und dann kann man mal sehen ob das jemand aufnimmt du hast den Job ich möchte es mal mit einem anderen Politikfeld vergleichen wo man denkt okay da müsste man mit Fakten arbeiten können ich glaube nicht dass es überhaupt möglich ist das hast du sehr schön gesagt die Wahrheit wirklich irgendwie bei einem zu finden oder irgendwie wo kommt man in die Wahrheit weil es da viele Wahrheiten gibt und ich glaube man muss bei jeder Wahrheit kritisch bleiben und sehen das ist nur eine Sicht es gibt viele Interessen es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen das ist halt ein Land was vielschichtig ist wo viele viel mit reinwirkt und deshalb vergleiche ich das mal mit der Energiewende das könnte doch was sein wo man Messungen macht wo man Zahlen hat wo man wissenschaftliche Sachen hat und wenn man sich damit aber beschäftigt sieht man dass in der Energiewende selbst wissenschaftliche Arbeiten sehr manipulativ sein können da wird immer nur für eine Seite was gemacht da gibt es da gibt es einfach so starke Interessen dass man an diese Fakten man muss immer 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 kritisch bleiben bei so einem Thema und das ist glaube ich der entscheidende und einzige Tipp was immer man hört immer kritisch bleiben immer fragen warum sagt der das was ist da sein Interesse daran und das ist bei der Energiewende genauso man kriegt bei der Energiewende fast keine verlässlichen zuverlässigen Zahlen selbst in wissenschaftlichen Arbeiten sieht man woher die ihre Forschungsgelder zum Beispiel bekommen in die Richtung schreiben sie einfach also mein Tipp ganz wichtig das Signal muss sein kritisch bleiben kritisch denken ja darf ich noch was anschließen also es war jetzt mehr so ein Einwurf was mich verwundert hat ist dass ein Land noch nicht erwähnt wurde in dem Zusammenhang das ist Israel da würde mich interessieren wie da sich die Rolle gestaltet also Israel ist mit Sicherheit auch ein Land mit Interesse in diesem Konflikt also wenn du dazu noch was sagen könntest wäre das ganz toll die diplomatischen Bemühungen zwischen Türkei und Israel sind momentan auf Nullpunkt die sind seit einem halben Jahr relativ zerstritten und können sich also Israel und Türkei sind wirklich ganz ganz stark allerdings Israel als solches mit Syrien waren nie die besten Freunde aus der Geschichte her aber sie hatten sicherlich nicht dieses Konfliktpotenzial wie Iran und Israel Israel versucht natürlich ihre Interessen daran zu haben die sagen sich aus meiner Sicht wie ich das verfolgt habe wenn in Syrien Stress ist lenkt das von unseren Problemen ab also dementsprechend lassen die das da lieber gewähren und fokussieren das so habe ich das im Eindruck dann würde ich gerne mal das so meine Sicht erläutern wie ich da die Dinge sehe wir gehen nicht so ganz tief in die Geschichte des arabisch-israelischen Konfliktes sondern nur die jüngst vergangene Zeit die jüngst vergangene Zeit würde dann anfangen mit dem Abriegeln des Gazastreifens nach dieser Abriegelung hat die Türkei oder sagen wir Aktivisten aus der Türkei gesagt wir wollen mit dem Schiff Mavi Mama diese Blockade der israelischen Armee durchbrechen und Hilfsleistungen liefern an die Palästinenser im Gazastreifen die israelische Armee lässt das Schiff nicht passieren ihr habt alle gehört was da passiert ist zwölf türkische Männer und ein glaube ich ich weiß nicht ein anderer ein Mann anderer Nationalität ist getötet worden das hat den Konflikt dermaßen verschärft zwischen Türkei und Israel die bis dato im Grunde gemeinsam Manöver abgehalten haben gemeinsam ich glaube Pläne für die Zukunft gemacht haben mit Amerika zusammen sie haben sehr gut miteinander gearbeitet israelische ich sage mal also Experten waren in der Türkei türkische Experten waren in Israel also rege gute für beide Länder Zusammenarbeit gegeben bis zu diesem Zwischenfall und dieser Zwischenfall hat auch so vorher schon ein Ärger gegeben nach dem Konflikt in Gazastreifen und Israel hat wohl Recep Tayyip Erdogan bei der UN Vollversammlung in einem Treffen oder in einem glaube ich in Podiumsdiskussion dem Ministerpräsidenten Shimon Peres damals gesagt in einem in einem Gespräch hat ihm da vorgeworfen es gab ein Eklat der hat gesagt ich weiß ihr könnt gut töten das könnt ihr als Israelis mitten in so einer Diskussion hat seine Papiere hingeschmissen als Ministerpräsident eines Landes dort die ja eigentlich sagt wir haben die Führung dort das passt eigentlich nicht hat die Papiere hingeschmissen hat den Moderator da auch ein bisschen angemacht und sei rausgegangen Israel hat sich natürlich da nicht gefallen lassen dass sie als Mörder bezeichnet werden von einem Nachbarn mit dem sie eigentlich keine Konflikte hatten bis dahin aber es hat er gemacht und dachte mit diesem Schachzug kann er die Aufmerksamkeit der islamischen Welt auf sich lenken und das hat er auch getan er wurde wie ein König in Ägypten er wurde wie ein König in anderen arabischen Ländern empfangen weil er das gesagt hat kurz danach war diese Geschichte mit dem Mami Marmara und das hat die Sache dann nochmal zum Platzen gebracht die Türkei erwartet immer noch eine Entschuldigung danach haben sie noch eine Sache mit den Türken gemacht die Israelis haben den den Botschafter bestellt der Außenminister und ich glaube der Verteidigungsminister waren zwei Minister haben Pressekonferenz einberufen und den türkischen Botschafter einbestellt und da saßen sie auf einem hohen Podest die Israelis und haben den türkischen Botschafter etwa so hingesetzt hinsetzen lassen so etwa unten und er war so klein und ja also ziemlich ja unten so und das war so eine Vorführung sozusagen eines Landes die eigentlich auch nicht sein dürfte und sollte unter den Demokraten darf sowas nicht geben aber das haben sie gemacht das hat die Türken noch einmal zum Kochen gebracht so die die Situation zwischen den beiden Ländern ist sehr zerstritten dass sie jetzt glaube ich nicht eine gemeinsame Sache gegen Israel zu machen gegen Syrien zu machen das glaube ich nicht was ich glaube dass Israel ihre Interessen dort sehr genau beobachtet und auch verfolgt und sie werden nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von niemandem und ich glaube da haben sie nicht nur ein Auge drauf sondern mehrere Augen drauf geworfen wo ihre Interessen sind wo eine Beeinträchtigung stattfindet und da werden sie eingreifen sie sind zu allem bereit um ihre Interessen dort wahrzunehmen und auch zu festigen bitte nein sie wollen mit Sicherheit keinen bitte zum Ende ja ich wollte noch mal ganz kurz wieder zu meinem Vorschlag kommen und dir kurz antworten ja also ich würde mich da so positionieren wenn wir sagen okay letztendlich haben wir eh ein bestimmtes kontingent was wir aufnehmen werden da würde ich dafür plädieren besonders junge Menschen aufzunehmen weil junge Menschen von so einem Konflikt glaube ich in ihren jungen Jahren stark geprägt werden und das Teil ihrer Sozialisation ist und wenn wir Menschen aufnehmen ja ich würde dann sagen nehmen wir junge auf ist jetzt auch schon ein bisschen her aber wir hatten es ja vorhin auch wieder von dem Thema was können wir machen wie können wir informieren über diese Syrien Geschichte und dann gab es die Idee eine Pressebeteiligung dazu zu machen und so weiter und so fort das finde ich letztendlich alles gut aber ich glaube nicht dass es in irgendeiner Form jemanden interessiert wenn jetzt die Piratenpartei Hessen einmal eine Pressemitteilung zu Syrien rausgibt wird das verheilen und es wird nicht viel passieren also was was ich vielleicht sinnvoll fände was was ich aber auch gleichzeitig für völlig unmöglich was sinnvoll wäre wäre wirklich in irgendeiner Form Informationsportal wo man vielleicht wo wirklich irgendwie Leute wie du dann Informationen schreiben oder wo irgendwie Blogs aggregiert werden in irgendeiner Form dazu wo wirklich Informationen von verschiedenen Richtungen irgendwo zusammenfließen die wir hier eben nicht so hören in den Medien aber das muss auch wieder irgendjemand machen und das muss auch wieder betreut werden und jeder weiß wie viel wir alle wieder zu tun haben und wer hat den Job ich nicht ich hab ich hab also ich stimme dir da nur halb zu ich weiß zwar nicht was es bringt aber ich werde gleich wenn ich das irgendwie mit dem Internet hinkriege ein Pad aufmachen wo wir einfach mal einen Text zusammenschreiben können scheiß ist gefilmt ne nein nein ich meine jetzt nicht nicht das Video ich dachte eigentlich dass wir das in Form eines Textes ich glaube nicht dass sich viele Leute eine Stunde anhören würden ich werde ein Pad aufmachen dass wir dann vielleicht einen Text zusammenschreiben dass wir einfach mal gucken ich meine was daraus wird ich meine wir sind Piraten wir machen viele Dinge die wir wahrscheinlich im Endeffekt nicht mehr wirklich genießen können wir machen sie trotzdem weil wir finden dass es wichtig ist dass es gemacht wird und ich glaube nach dem gleichen Punkt sollten wir das hier auch aufmachen wenn wir es aufschreiben und es keiner liest ja Gott dann haben wir 16 Leute die im Raum gesessen haben ihre Arbeit umsonst investiert und wenn es einer liest dann haben wir schon mal hat schon was gebracht deswegen ich finde es auch gut also ich wollte auch nicht sagen dass es jetzt bloß nicht gemacht werden soll das ist das überhaupt nicht also wenn sich da Leute finden die das schreiben finde ich super gut soll auch unbedingt geschrieben werden ich finde es nur schade wenn das jetzt wenn jetzt quasi in dieser Pressemitteilung diese gesamte kreative Energie die jetzt hier in diesem Workshop geschehen ist sich nur in dieser Pressemitteilung in irgendeiner Form ergibt es wäre doch am einfachsten man macht es parallel sprich eine PM und dieses Pad und dass man miteinander arbeitet das heißt mit einem Pad daraus resultiert eine PM meinetwegen wenn das so gern gesehen wird weitere Wortmeldungen keine ja bitte also die Seite Syrien-Konflikt gibt es jetzt im Wiki ein paar Links habe ich auch schon eingetragen würde ich mir bitte dann eure Pads zuschicken dass ich sie da verlinken kann und wenn du deinen Artikel mir dann vielleicht auch zukommen lässt dann trage ich den auch ein und lade den da hoch ja das ist jetzt alles nicht so viel Arbeit ja 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 ich meine so wir werden Flüchtlingsparte und dann schicken auch eine Hilfslieferung jetzt über den gesagt mehr als wenn es WM zu sagen wir finden das auch ganz schrecklich oder so und dann gleich sagt wir also ich finde wir haben jetzt zumindest mal so ein Ergebnis das finde ich klasse dass du das schon mal angefangen hast es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht mit euch darüber zu diskutieren es war richtig auf sehr hohem Niveau und das war auch so eine Diskussion wo man denkt es lohnt sich auch da weiter zu überlegen es ist nicht etwas was ganz weit ist sondern man merkt eigentlich die Sache so ganz nah es geht uns alle an und man kann nicht einfach die Konflikte wenn sie weit stattfinden von hier kilometermäßig meine ich dass man sagt das ist so nicht unser Ding sondern es ist unser Ding und wir kümmern uns darum und wir wollen natürlich nicht der FDP jetzt überlassen dort Flüchtlingspolitik zu machen die sagen wir geben euch etwas Geld und guckt mal dass ihr das Problem vor Ort löst sondern wir sagen wir helfen so dass die Hilfe richtig ankommt und dass die Leute nicht denken wir wollen sie hier überhaupt nicht haben jeder muss nach seinen Kräften mal unterstützen und helfen und wir sind dann bereit zumindest als Piraten wir sagen wir wollen dass wir unterstützen und helfen auch politisch nicht nur materiell auch politisch und diese politische Hilfe kommt meistens auch nicht so gut an bei den bei den Flüchtlingen wenn das hieß von Nebel der war ja da und Leute Häuser Schnarrenberger war vorgestern da in Gaziantep war sie in Killes sie hat dort ein ein Camp besucht unsere Justizministerin sie ist also ich halte viel von ihr weil sie immer so zumindest das ausspricht was sie denkt und bisher hat sie auch zu dem Konflikt einiges in meinen Augen auch Positives gesagt nur es kommt nicht gut an bei Westerwelle und Nebel die haben sie beide fast ja mundtot gemacht von daher haben wir eine andere Position und das freut mich also ich danke euch fürs Zuhören und das freut mich auch und das freut mich für die